Hallo zusammen, dieses Wochenende bin ich in Mittenwald. Hier ist ein kleines 4x4 Treffen und eigentlich hatte ich vor euch ein, zwei Tipps und Tricks zum Thema Wintercamping mitzugeben, allerdings muss ich feststellen, der Winter ist das ja nicht wirklich so cool und im T-Shirt zu sagen, was man doch im Winter am besten machen kann im Bus und wie es funktioniert, ich denke ich verschiebe das aufs nächste Mal. Trotzdem ein, zwei Bilder von dem Treffen hier, gibt coole Teile, Amarok, Dachzelte, der eine oder andere ist mit dem Moped da, warum nicht und ja, viel Spaß beim Schauen. So, Bus ist gepackt, leider schneit es immer noch nicht, sondern es regnet, von daher keine Tipps und Tricks zum Wintercamping, das passt nicht, das verschiebt man aufs nächste Mal. Trotzdem ein cooles Wochenende gehabt, sehr cool, coole Leute kennengelernt, tolle Reiseberichte gehört, schöne, spannende Fahrzeuge gesehen und ich werde gerade richtig nass von daher. Euch, guten Wochenstart! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.